Moin Moin Liebe und Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf HiTaster. Wie ihr seht zocken wir mal wieder eine Runde heute. Vielen Dank Sir. Gerne doch. Wir sind den Hitman. ich bin Du bist tot natürlich Jeno Aachen So und zwar müssen wir heute hier so Challenges schaffen wir müssen uns das ist die sie machte und zwar müssen werden vielen dank sehr vielen dank wo es sind denn die hausmeister müsste morgen ja schon weg ich gehe ja schon weg der mich gefunden das ist schön aus ich war hier noch nie obwohl ich die mission schon ein paar mal gespielt habe wo ist denn ach lol das ist der den ich töten muss diese wache hier stimmt das war eine wache ich bin so dumm ich bin ich habe gedacht ich muss ein hausmeister töten weil da irgendwas in der mission davon stand da verkleidung und bei mei aber beides nicht ich hätte ihn ganz ganz einfach töten okay stellt sich also dahin dann kann ich mir ganz easy einfach so ab knallen oder mission gescheitert als haus ich muss das doch machen okay da sind wir wieder das war so dumm alter ich habe gedacht ich muss den also doch mit dem hausmeister wo kriege ich den hausmeister titel her ja guten tag guten tag wie sieht den hausmeister aus sind das die hausmeister das kann ich sein dass das die hausmeister sind oder kellergeist ja ich bin kellergeist gut 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 für mich ein die umziehen Leute die tat bitte nicht ich kann diese eure scheiß Kleidung an ich nehmen kann ich halt echt nicht ich auch sie sehen hausmeister aus die haben dann Hausmeister Kroson Korn Kittel haben die doch immer an ne m hoho hallo das war ich nicht das war ich nicht n wo steht die Baller erlaubt mich ich schüttmann und auch so schlecht so weiter geht's hier ich will das heute noch schaffen irgendwie dieses oh mein gott vielleicht kann ich in meinem zimmer vielleicht kann ich in meinem zimmer die was kaputt machen dass dann der hausmeister kommt waschbecken überfluten kann ich hier ist irgendwo ein telefon kann ich ich hab gedacht hier konnte man irgendjemand anrufen konnte man nicht irgendwo zimmer service rufen ich hab gedacht das ging da zimmer service rufen ist das ein hausmeister hotelmitarbeiter aber ich brauche einen hausmeister wer ist denn meister dieses hauses das frage ich mich frage ich mich fack die jagen auf mir da ist das sind das sind köche geh ja schnell rein nachher weil ich nicht hier h in in h in 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 er kommt er doch nicht weg ist das der hausmeister das ist der hausmeister genau der typ ist der hausmeister verbrechen wurde bemerkt ich bin schon wieder komprimiert oder was sie als hausmeister mit einem ball ich habe gedacht ist mir zu schwer leute das ist mir viel zu schwer gerade ich hoffe ja so spaß man guckt auf discord vorbei instagram alles in der video beschreibung das war hitman und das ist viel zu kompliziert wenn man hier ist